Aber jetzt muss ein Bosskater kommen, oder? Was ist das denn? Naja, kann ich nicht eins haben und schade. Jetzt kann er bestimmt Boss, oder? Ja, schöner als mitnehmen hier. Oder Geld mitnehmen. Da springe ich nicht runter. Die soll auch laut Quest eh nach oben. Das kriege ich gerade noch hin, ja. So, das Spiel wird gespeichert. Ah. Schädel. Agent Blaskovitz. Als mir berichtet wurde, dass Sie in der Stadt sind, konnte ich mein Glück kaum fassen. Endlich komme ich zu meiner Rache. Sie vergessen, dass ich hier die Waffe habe. Schalten Sie das Ding ab. Genau. Sie geben hier keine Befehle. Waffe fallen lassen, Agent Blaskovitz. Nein, VJ, nicht! Und deswegen werden die Wölfe siegen, Blaskovitz. Für den Sieg würden wir alles riskieren. Viele dachten, dass dieses Objekt die Barriere zwischen unserer Dimension und der schwarzen Sonne zerstören würde. Aber wir machen weiter und besitzen nun eine unendliche Quelle der Macht. Damit werden die Wölfe die Welt erobern. Mich ermüdet seine bloße Existenz, Hans. Erschieß ihn! D.K., lauf! Nein! 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 Du hast die alte abgeknallt. Oh, du hast die Kacht. Das wird laut hier. D.K., lauf! Das wird geballert. Ja, hier, ähm, man muss halt immer diese hässlichen Kink-Dinge da abbattern. Allerdings halt auch auffassen, die Waffe glüht ganz gerne mal. Also, überhitzt, das wollte ich sagen. Ah! Geh doch, da, mal, von der Herr, Junge, hallo. Geh doch mal von der Waffe weg. Ich werde gerade irgendwie... Ja, Alter, kid, ich wollte eigentlich von der Waffe weggehen, damit ich besser gegen die kämpfen kann. Aber irgendwie... Nee! Soll nicht so sein! Och, nö. Na gut, gehen wir nochmal durch. Überspringen wir das Ganze. So, bitte hier, Abenteuer, Dauerfeuer. Alter! Hau ab! Du stinkst! Verliebt dieser Eiernester. Iiiiih! Junge, ich will ja weg! Ach, okay. Ja! Hilfe! 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 Ah! Ah! Das dämlichen... Ja, geh in Deckung, du bist lustig! Ja, du bist lustig, geh in Deckung! Ich kann ja noch nicht mal von der Waffe weg. Wie soll ich da in Deckung gehen? Das ist echt lustig, ey. So, jetzt nimm mal nochmal auf. Überraspringen nochmal. So, Hals nochmal richtig drauf. So. Da bist du egelhaften Nester vermischt. Geh doch jetzt da von der Kanare runter. Au! Nerv nicht! Ist so ätzend. Ja, toll! Jetzt, weißt du, wir müssen da ausharren, bis er kommt und das Geschütz zerstört. Und dann können wir endlich weitergehen. Das ist so logisch. Ist echt logisch, also. So toll gemacht. Super. So, hier, aufs Maul, alte. So, nächstes Nest. Ach ja, wie darf ich ja noch nicht spielen? Genau. So, hier. Ja! Ist nicht so einfach. Vor allem mit dem Knarre mal eben so, mal mal doch. Ich will jetzt mal jetzt. Ja, ab das jetzt mal. Oh, hast du mir kaputt gemacht? Ja! Also nächste Waffe. Sind sie noch ein Geschütz allein schon? Da ist sehr viel aus für die Mission. Oh, ist ein Geschütz. Such mal. So, ja. Zufallsfilm. Zufallsfilm. Witziger und ironischerweise liegt es genau dahin oder jetzt. Weiß nicht. Vielleicht ist es eine S. Keine Ahnung. Wo halt noch das Highlandest ist. Das ist natürlich... ...sehr praktisch für uns. Ach, die Dinger nerven so. Ich meinte, es ist zwar die Tottaubenschießen, aber trotzdem ist es nerven. Lässt da nur ein, zwei durch, dann bist du sowas von benebelt. Ah, Hilfe. So. Dass er halt sich kaum noch weiter bewegen kann. So, ab dem nächsten. Das ganze Spiel ist so am vierten Mal. So, nochmal Ampfeuer, Dorffeuer. Schön hinlegen und drauf. Baggern. So, der ist hier von vier. Also pisst das Viechzi wieder. Und jetzt geht's hier oder? Ja. Äh. Hallo? Ah. Schieß, Junge. Okay, okay. Ja. Nein. Ähm. Hallo? Nein. Ich möchte... Ich... Hallo? Ich will nicht. Nein. Ah. Nicht da rein. Nicht das Licht. Das ist aber nicht keiner Leidshow, oder? Oh. Ähm. Wir haben doch Spielzeug gespielt. Game Over, Leute. Nein, Spaß. Denn jetzt geht's nämlich hier weiter. Autsch. So. Ähm. 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 Ich geh jetzt mal hier lang. Vielleicht gibt's ja hier noch Secrets. Na, ich geh das nicht. So. Ja, jetzt sind wir hier nämlich gelandet. Und müssen erst mal hier, äh, ja. Weiter langlaufen, diesen Weg, den wir alle schon von vor zwei Parts gelaufen sind. Ja, oder kommt das ästliche Vieh wieder? Äh. Baller drauf und geht zurück. Das ist das einzige, was man gerade jetzt untert. Autsch. Natürlich möglichst immer auf die, äh, pinken Stellen. Weil die, die sich, aua, sagen quasi so, äh, äh, schießt mich. Ähm. Ich bin, äh, ja. Tot. Also, ich wollte eigentlich sagen, die sind halt so, äh, sichtbar, dass man drauf schießen soll. So, hier ist ein Kontrollpunkt. Ich will eigentlich, ähm, den Part beenden. Aber, nicht mit dem Bosskampf. Sowas ist uncool. Also, ich nehme jetzt hier die fetter Leichenfaust und flasht die Damod ab und hoffe, dass ich damit merkwürdig habe. Ja, hab ich. Hihihihihi. Steh doch nicht wieder auf. Bam. Letzt immer aufstehen. Ah. Du, Mädel, ich, oder, äh, oder so, ich kann nicht weiter. So, erledigen Sie den Geist. Ja, ach, nee. Hab ich doch gerade getan. Achso, erfüllt. Gut. Anu? Kriegst du in Ordnung? Oder hat? Nehmen wir hier wieder meine Partikelkanone. Ja, Leute, spawnt ich hier, oder wat? Das hier, ja, wie ass hier ist das denn? Bei dem schönen Düdebiet an den Kopf platzieren. Und, bam, Kopfschmerzen. Ja, komm, krepier doch. Bäh, widerlich. Ziel erfüllt, sagt bloß. Zurück zur Innenstadt. Jo, gerne. Und dann würde ich gerne auch ein Part beenden. Sofern dann irgendwie das speichert. Renn doch, Junge. Mh. So. Ich war Teil des Überfallkommandos des Kreisauer Kreises, um Carolin Becker, ihre Anführerin, zu befreuen. Leider wurde sie bei einem Feuergefecht mit Zetas Ersatz getötet. Wilhelm Schädel Strauß. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als ich sein Übersoldatprogramm zerstört habe. Wie ich den Schädel kenne, wird er mit den Experimenten an der schwarzen Sonne noch radikaler vorgehen. Ich muss ihn aufhalten, bevor er eine Waffe erschaffen kann, mit der die Wölfe wirklich die Welt an sich reißen können. Ja, äh, genau. Finde ich auch. Und ja, jetzt, ähm, können wir auf Fortsetzen klicken. Und nein, wir haben nicht alles eingesammelt, was ich schade finde, aber egal. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. So, fortsetzen bitte. Jetzt sehen wir wieder in der Innenstadt. Und das Spiel wird gespeichert. Und ich werde einfach mal sagen, ich mache jetzt den Schluss. Bis zum nächsten Mal.